Krieg. Israel hat in den letzten Wochen mit seinem Bombardement schon rund 1000 Menschen getötet und jetzt startet die israelische Regierung eine Bodenoffensive. Michael Lüders hat sich in seinem Interview mit der Weltwoche zu diesem Krieg und zuerst zu den Pager-Attacken, also diesem Terroranschlag von Israel auf Hezbollah-Mitglieder geäußert und ich würde sagen, wir hören uns das jetzt gemeinsam an. Auch hochrangigen Militär, da diese Walkie-Talkies, nachher zuerst so Pagers, Funkgeräte glaube ich, explodiert sind am Gürtel. Wie sehr hat das die Hezbollah geschwächt, auch psychologisch, in psychologischer Art und Weise? Wie schätzen Sie das ein? Es war in psychologischer Hinsicht mit Sicherheit ein schwerer Schlag für die Hezbollah, denn sie muss sich fragen, wie kann es sein, dass sie den Israelis auf den Leim gegangen sind, die diese Pager ja offenbar selber hergestellt haben und entsprechend präpariert haben. Das ist, wenn man es spionagetechnisch betrachtet, muss man sagen, schon ein Husarenstuck. Das ändert aber nichts daran, dass es völkerrechtlich und menschenrechtlich eine höchst fragwürdige Operation war. Es wird zwar hier medial immer so dargestellt, als sei das ein Angriff gewesen auf die Hezbollah, aber es sind dabei ja auch hunderte von Zivilisten zu Schaden gekommen. Wir sehen die Hezbollah nur als eine Terrororganisation, aber die Hezbollah ist ja im Grunde genommen eine große Partei, sie ist sozusagen eine gesellschaftlich prägende Kraft und ich kann zum Beispiel... Ja, die meisten Länder in Europa sehen die Hezbollah nicht mal als Terrororganisation. Also Frankreich, Spanien, Italien, die haben die Hezbollah alle nicht als Terrororganisation eingestuft. Also da ist Deutschland eine der unrühmlichen Ausnahmen, die die Hezbollah als Terrororganisation, dass die Hezbollah als Terrororganisation einstuft. Aber die meisten europäischen Länder sehen das tatsächlich anders. In Südbeirut ein Arzt sein in einem Krankenhaus und dann habe ich natürlich viel mit Menschen zu tun, die im Umfeld der Hezbollah tätig sind. Jetzt diese Pager-Angriffe haben aber auch zum Beispiel Ärzte getroffen, die diese Dinge auch hatten. Und es ist natürlich äußerst fragwürdig, zu sehen, mit was für einer Selbstverständlichkeit die israelische Seite den Tod von Zivilisten einpreist. Das spielt einfach keine Rolle. Die Argumentation der Israelis lautet, naja, die Hamas, die Hezbollah, sie nehmen Zivilisten als Geiseln, was sollen wir machen als Israelis? Verantwortlich für den Tod der Zivilisten sind die Terroristen. Aber diese Sichtweise greift zu kurz. Das ist Quatsch, die Verantwortung liegt bei Israel. Und ich kann nur noch mal darauf verweisen, würde Russland sich ähnlicher Methoden bedienen gegenüber der Ukraine oder gegenüber russischen Dissidenten im Ausland. Wir werden alle miteinander rechtschaffen empört. Aber in diesem Fall akzeptieren wir das, weil das sind ja irgendwie die Guten, die dagegen das Böse kämpfen. Wie darf, kann, soll die Hezbollah darauf reagieren? Gute Frage. Das wird sie sich in diesen Tagen überlegen. Bislang handelt sie ja sehr besonnen. Sowohl die Hezbollah wie auch die Iran wissen natürlich ganz genau. Die Israelis warten nur darauf, auf diesen einen Angriff, auf das Hochhaus in Tel Aviv. Und dann haben wir den großen Krieg. Aber andererseits können sie sich ja nicht ihre gesamte Infrastruktur zerstören lassen, ohne zu reagieren. Also es muss etwas geschehen und deswegen steht die Zukunft der Region auf des Messers Schneide. Die Regierung Netanjahu spielt mit dem Feuer und das tut sie sehr bewusst und mit großem Engagement. Und es ist im Grunde genommen alles offen. Das ist ein Spiel, das man am besten vergleicht mit russischem Roulette. Und den hohen Preis werden insbesondere natürlich, ja, die Libanesen und die Palästinenser zahlen. Kann man überspitzt gesagt es so formulieren, dass der Iran, der, wie Sie gesagt haben, sehr besonnen da reagiert, eigentlich der letzte vernünftige Player da ist. Ich meine, ich erinnere an diese gezielten Tötungen, die auch für Schlagzeilen sorgen, die den Iran mitten im Herz getroffen haben, so wie ich das beurteilen kann. Glauben Sie, ist Teheran aktuell noch das Bollwerk der Vernunft im Nahen Osten oder ist das völliger Quatsch? Die westliche, die hiesige Wahrnehmung des Iran ist ja eine, die geprägt ist von fanatischen Mullahs, die ständig danach trachten, Unheil zu stiften, Israel zu vernichten und dergleichen Dinge. Ja, die Frage ist, was hat diese Wahrnehmung mit der Realität zu tun? Also welches Land hat der Iran in den letzten Jahren angegriffen? Also der Iran wurde angegriffen in der Vergangenheit. Der Iran wurde überfallen. Und er bereitet sich natürlich auf so einen großen Krieg vor und versucht natürlich stärker zu demonstrieren. Aber wirklich offensive Aktionen unternimmt der Iran eigentlich nicht. Also der Iran hat Israel tatsächlich einmal angegriffen und zwar nachdem Israel das iranische Botschaftsgebäude in Syrien angegriffen hat. Also das iranische Botschaftsgelände in Syrien angegriffen hat. Da hat der Iran tatsächlich geantwortet und hat dann eine Militäreinrichtung in Israel angegriffen. Und das war wie gesagt die Antwort auf einen vorher erfolgten israelischen Angriff und auf die meisten israelischen Angriffe. Sei es auf die Tötung des Hamas-Chefs oder auf alle anderen Angriffe, die Israel bisher gefahren hat, hat der Iran nicht reagiert. Dinge mehr. Aber wenn man sich nüchtern anguckt, wie iranische Politik funktioniert und ich beschreibe das auch in meinem Buch, dieses Funktionieren, wie sie eigentlich über Jahre und Jahrzehnte hinweg immer wieder auf die USA und auf Israel zugegangen sind, um eine Working Relationship, sag ich mal, herzustellen. Sie haben sogar einmal, das kann man bei mir nachlesen, das Angebot gemacht an die Regierung George W. Bush, die Hezbollah im Libanon in eine rein politische Partei zu verwandeln. Unter der Voraussetzung, dass Israel seine Besetzung beendet. Natürlich sind die Amerikaner, sind die Israelis darauf nicht eingegangen, aber es ist falsch zu sagen, dass der Iran nur destruktiv agiere. Die Iraner wissen ganz genau, dass sie am kürzeren Hebel sitzen. Israel schlagkräftiger und die Amerikaner würden nicht zögern, den Iran großflächig zu bombardieren. Dieses Risiko will die iranische Führung nicht eingehen. Insofern sind sie sehr rational handelnd, auch wenn sie natürlich sehr unglücklich sein dürften über die gegenwärtige Situation, die ständig darauf abzielt, sie zu provozieren. Haben Sie sich auch im Zuge Ihres Buches, haben Sie sich eigentlich jemals gefragt, wie sie nach dem 7. Oktober reagiert hätten, wenn sie Netanyahu wären? Als Netanyahu kann man nur agieren, wie Netanyahu es getan hat, ohne Sinn und Verstand Gewalt und noch mehr Gewalt einzusetzen. Aber der Kern des Konfliktes ist die ungelöste Palästina-Frage. Naja, das ist eine schlechte Frage. Also Netanyahu beruht wegen Korruption verurteilt zu werden, sollte er kein Ministerpräsident mehr sein. Er muss sich wegen des 7. Oktober enorm viel Kritik in Israel anhören, weil er auch in der Vergangenheit dafür eingetreten ist, dass Katar die Hamas finanzieren solle. Denn die Hamas design schließlich die Garantie dafür, dass es keinen palästinensischen Strat geben werde. So Netanyahu's Begründung. Und dann war die israelische Armee beim 7. Oktober viel zu spät vor Ort. Der ägyptische Geheimdienstchef Kamel hat sogar gesagt, er hätte Israel vorgewahrt. Und ja, Israel hat das dann bestritten. Aber es gab Warnungen und die hat Israel angeblich nicht ernst genommen. Also die Regierung mit Netanyahu muss sich sehr viel Kritik gefallen lassen. Das sähe sehr schlecht aus, wenn Netanyahu kein Premierminister mehr wäre. Zumal er bald auch per internationalem Haftbefehl vom, also per Haftbefehl vom Internationalen Strafgerichtshof gesucht werden dürfte. Also das sieht für Netanyahu alles gar nicht gut aus. Das heißt, obwohl nach dem 7. Oktober gab es den Haftbefehl, also gab es dieses Verfahren zur Einleitung eines Haftbefehls noch nicht. Aber das sieht für Netanyahu alles andere als gut aus. Deswegen musste er quasi diesen Krieg immer weiter eskalieren und muss versuchen, ihn zu verewigen, einfach um sein eigenes politisches Überleben zu sichern. Also aus Sicht von Netanyahu ist das total rational, Gas an Schutt und Asche zu legen und jetzt den Libanon anzugreifen. Also ist das insofern eine unsinnige Frage, da Michael Lüders halt kein israelischer Ethnonationalist ist, der noch ein paar Korruptionsverfahren am Hals hat. Wenn die Israelis in Frieden mit ihren Nachbarn leben wollen, dann braucht es einen palästinensischen Staat in den 1967 von Israel besetzten Gebieten im Westjordanland und im Gazastreifen mit Ost-Jerusalem als Hauptstadt. Würde es in diese Richtung gehen, werden die Konflikte in der Region sehr schnell gelöst. Und wie erwähnt, auch der Iran ist gesprächsbereit in Sachen Hezbollah. Aber es setzt voraus, dass die israelische Seite und sie ist die stärkste Seite in diesen Konflikten bereit ist, nachzudenken, zu verhandeln, in sich zu gehen, eine andere Politik zu machen. Und dazu ist man nicht bereit. Das Ziel ist, wie erwähnt, Groß Israel. Und dieses Ziel verträgt keinerlei Kompromisse, egal mit wem. Deswegen wird die israelische Regierung nicht einlenken. Das Dilemma für die israelische Führung ist, dass man natürlich die ganze Region im Zweifel in Brand setzen kann. Aber die Israelis mit ihrer hochgerüsteten Armee sehen sich Guerilla-Organisationen gegenüber, wie der Hamas oder der Hezbollah. Und gegen Guerillas, einen Krieg zu gewinnen, ich darf nur daran erinnern, dass dieses der NATO in Afghanistan gegenüber den Taliban in 20 Jahren nicht gelungen ist. Ich will es nicht den großen Verteidiger Israels ausspielen, aber wenn man mit Juden spricht, gemäßigten Israel... Naja, die Wettwoche ist schon ziemlich pro-israelisch. Das sieht man ja immer bei diesen Wochenansprachen von Roger Köppel. Also der ist ja bei anderen Konflikten, sei es Jugoslawien, sei es Russland, Ukraine, immer relativ ausgeglichen. Aber im Nahostkonflikt, da verteidigt er immer jede Aktion, also nicht jede Aktion, aber viele Aktionen Israels. Und erinnert immer an den 7. Oktober. Also dass Israel rein von den Opferzahlen her im Libanon in den letzten Wochen allein einen weiteren 7. Oktober angerichtet hat. Also wie gesagt, rund 1000 Tote. Das spielt dann nicht so eine große Rolle. Deswegen, ich wundere mich darüber, wie gemäßigt dieses Interview bisher geführt ist, wie offen die Fragen gehalten werden. Also ich finde es gut, ich finde es gut, aber ich hätte tatsächlich eine pro-israelischere Haltung erwartet. Ja, und sie haben ihn eingeladen. Das hat mich auch positiv überrascht, als ich hier Michael Lüders bei Weltwoche gesehen habe. Deswegen reagieren wir darauf jetzt auch. Aber wie gesagt, auch das Interview ist bisher relativ neutral geführt. Elis, dann spürt man, dass dieser 7. Oktober unglaubliche Spuren hinterlassen hat. Das ist, da werden Erinnerungen an den Zweiten Weltkrieg wach, Existenzängste kommen hoch. Können Sie das verstehen, wie da reagiert wurde, wenn Sie sich nachher versetzen, wie versetzen Sie sich in diese Seite Israels mit wie viel Verständnis für diese wahnsinnigen Unrechtstaten, die da begangen wurden? Ich kann jeden Israeli verstehen, der um seine Sicherheit fürchtet. Ich kann jeden verstehen, der um seine Angehörigen trauert. Der Angriff der Hamas auf Zivilisten war Unrecht, war verbrecherisch und ein klarer Bruch des Völkerrechts. Hätte die Hamas lediglich israelische Militärs angegriffen, wäre das ein legitimer Akt des Widerstandes gewesen. Aber man hat Zivilisten angegriffen, man hat Zivilisten entführt in den Gazastreifen. Das ist ein klarer Bruch internationaler Rechtsnorm. Das ist menschenverachtend. Das ist zu verurteilen, diese Gewalt. Da gibt es gar keinen Zweifel. Und ich kann wirklich Israelis gut verstehen, die sich die Frage stellen, wie sicher sind wir in unserem eigenen Land? Und natürlich Menschen neigen dazu, in erster Linie die eigenen Interessen zu sehen. Also kann ich Michael Lüders absolut zustimmen. Das Völkerrecht verbietet, Zivilisten anzugreifen. Das gilt für alle Seiten, gilt natürlich auch für die Hamas. Das Ding ist, selbst wenn die Hamas nur israelische Militärs angegriffen hätte, was, wie Michael Lüders gerade richtigerweise gesagt hat, völkerrechtlich legitim gewesen wäre, denn Widerstand gegen eine Besatzung ist tatsächlich völkerrechtskonform. Man muss sich eine illegale Besatzung nicht gefallen lassen. Dann hätten die in Israel und in den westlichen Medien trotzdem als Terroristen gegolten und dann hätte es trotzdem solche Vergeltungsschläge gegeben. Also Israel war es in der Vergangenheit relativ egal, ob Zivilisten oder Militärs angegriffen werden. Also Palästinenser sind immer Terroristen, wenn sie Widerstand leisten. Das bedeutet, unsere Sicherheit hat Vorrang gegenüber den Interessen Dritter, in diesem Fall der Palästinenser. Aber ich kenne sehr viel liberal eingestellte Juden und Israelis, die genau erkennen, dass das Dilemma darin besteht, dass dieser 7. Oktober eben auch der Versuch war, der Hamas eine neue Realität zu schaffen, weil Jahre der Blockade des Gaza-Streifens und Jahre der Verhandlungen mit der PLO, mit der Hamas immer ins Leere gelaufen sind. Und wie ich in meinem Buch zeige, war es, vor allem die israelische Seite diese Verhandlungen hat ins Leere laufen lassen. Denn wenn man wirklich Kompromisse eingeht, dann muss man auch territoriale Kompromisse eingehen. Und dazu war die israelische Seite zu keinem Zeitpunkt bereit. Auch nicht nach den berühmten Friedensverträgen von Oslo 1993. Da begann der größte Bauboom in der Geschichte der Besatzung. Das ist völlig paradox. Also auf einer individuellen, subjektiven Ebene. Die Israelis an sich, der einfache Bürger, der einfach ein normales Leben führen möchte, für den muss es furchtbar sein, das zu erleben. Es sind ja auch 10.000 Israelis aus dem Norden vertrieben worden durch den Hezbollah-Beschuss, sowie umgekehrt auch 10.000 aus dem Süd-Libanon vertrieben worden sind, schon vor den jetzigen Angriffen durch den Beschuss der israelischen Seite. Kurzum, man kann diese menschliche Tarködie nur beenden durch Verhandlungen, durch Kompromissbereitschaften. Militärische Gewalt erhöht die Probleme. Wie ist es möglich, dass in einer Region wie im Nahost auf beiden Seiten, Palästina, Israel, derartige Auslösch-Fantasien hochkommen? Haben Sie sich diese Frage schon mal gestellt, wie es möglich war, was die Ursache dafür ist, dass eigentlich sämtliche moralischen Grundsätze zusammenbrechen? Ja, die Frage ist sehr gut. Ich kann sie nicht abschließend beantworten. Die Palästinenser sind in einer Situation, wo sie quasi nichts mehr zu verlieren haben. Es gibt für sie zwei Möglichkeiten. Entweder sie leisten Widerstand oder aber die Israelis werden sie töten beziehungsweise deportieren. Darauf läuft es unterm Strich gesehen, wenn man die Höflichkeiten beiseite lässt, hinaus. Sie werden nicht morgen vertrieben werden, nicht übermorgen, aber es wird in diese Richtung gehen. Es gibt schon israelische Bemühungen, ich dokumentiere das in meinem Buch auch die Palästinenser in Richtung Afrika, in Richtung Europäische Union abzuschieben. Es gibt entsprechende Verhandlungen, bislang ohne Ergebnis. Aber ich denke, der Druck wird zunehmen, denn die Lebensbedingungen sind so katastrophal im Gazastreifen. So viele Menschen werden noch sterben an Krankheiten, dass hier etwas geschehen muss, aber eben nicht in dem Sinne wie ausgeführt, dass es einen eigenen Staat geben könnte. Ja, wenn ich ein Fanatiker bin, dann bin ich natürlich nicht gewillt zu Kompromissen. Und auch wenn die Palästinenser natürlich in diesem historischen Ringen mit den Israelis in einer schwächeren Position sich befinden, ändert das natürlich nichts, dass es eine verbrecherische Gesinnung auch auf palästinensischer Seite gibt. Ein Yahya Sinua, der Führer der Hamas, ist wahrhaftig kein Sympathieträger, genauso wenig wie der Führer der israelischen Armee, Joaf Gallant, der die Palästinenser als menschliche Tiere bezeichnet. Wir haben hier einen Entmenschlichungsprozess, der im Grunde genommen schon von klugen Israelis vor Jahrzehnten vorweggenommen worden ist. Ich habe vor vielen, vielen Jahren mein Zivildienst mit der Aktion Sühnezeichen in Israel geleistet. Und einer der größten und bekanntesten jüdischen und israelischen Philosophen des vorigen Jahrhunderts war Jeshayahu Leibovitz. Und er hielt mal einen Vortrag im Rahmen der jenigen, die bei Aktion Sühnezeichen ihren Zivildienst gemacht haben. Und er sagte im Jahr 1980, also das ist ja nun schon ein paar Tage her, 1980 sagte er, Israel wird aufgrund der Besatzungs- und Siedlungspolitik zwangsläufig ein faschistischer Staat werden. Und erst wenn dieser Faschismus überwunden werde, könne Israel eine wahrhafte Demokratie sein. Und ich dachte damals, wow, was sagt er denn da? Das hat sich mir eingeprägt, weil das für mich eine so ungeheuerliche Aussage war. Israel ein faschistischer Staat, also was, dafür würde man 1980 in Deutschland also öffentlich hingerichtet werden, wenn man so etwas gesagt hätte. Aber er hat es im Grunde genommen richtig vorausgesehen. Und in dieser, wenn ich so sagen darf, in seinem Sinn, faschistischen Phase befindet sich Israel gegenwärtig. Und man kann nur hoffen, dass die Recht bald überwunden wird. Naja, noch nicht. Also noch sind ja die Rudimente des Rechtsstaats noch erhalten. Zumindest auf israelischen Staatsgebieten, in den besetzten Gebieten ist das noch eine andere Geschichte. Aber da ist Israel noch kein faschistischer Staat. Aber was es nicht ist, das kann ja noch werden. Also wir haben es schon gehört, die liberalen Israelis wandern aus. Die Rechtsradikalen werden immer stärker. Also perspektivisch ist das durchaus etwas, was in der Zukunft in Israel passieren kann. Sie schreiben in Ihrem Buch, wir nehmen diese Auseinandersetzung mit moralischer Hybris und Realitätsverleugnung wahr. Was meinen Sie damit? Dass wir im Grunde genommen Axel Zückens Verkenntnis nehmen, dass jeden Tag im Gazastreifen bis zu dutzenden Menschen getötet werden, dass Zivilisten massakriert werden, in Zeltlagern, auf offener Straße niedergeschossen werden, obwohl sie angeblich in einem sicheren Zufluchtsbereich sich befinden. Das alles ist, wie ich meine, unerträglich. Aber es wird bei uns nicht thematisiert. Ich hörte heute ein Interview im Deutschlandfunk, da ging es unter anderem auch um die Ukraine und da wurde ständig vom russischen Genozid, vom Völkermord der Russen in der Ukraine gesprochen. Und ich habe mir gedacht, okay, das kann man ja so sehen. Ich habe noch nie gehört, dass man Deutschland... Nee, darauf gibt es keine Hinweise. Also ganz ehrlich, wie gesagt, dieser Ukraine-Krieg von Russland ist ein Verbrechen. Sicherlich völkerrechtswidrig, aber auf einen Genozid gibt es keine Hinweise. Also das ist wirklich absurde Kriegspropaganda. Wenn der Journalist von einem israelischen Genozid im Gazastreifen gesprochen hätte, das ist einfach ein absolutes Tabu. Das gibt es nicht. Das würde man so nicht formulieren in Deutschland. Wir nehmen diesen Tod bedauernd Achselzucken zur Kenntnis und sind der Meinung, wie erwähnt, naja, gut, die Hamas, die Hezbollah, die nehmen eben Zivilisten als Geiseln, verstecken ihre Waffen in deren Umfeld... Was die Ukraine übrigens auch macht. Also wir sind schon beim Ukraine-Krieg waren. Was die Ukraine nachweislich auch macht, hat Amnesty International schon 2022 kritisiert. Die Ukraine nutzt zivile Ziele als Schutzschilde, um ihre Truppen zu schützen, beziehungsweise um dann Großtheater zu machen, wenn Russland mal wieder ein Einkaufszentrum angegriffen hat, weil die Ukraine dann da ihre Rakettenrampen stationiert hat beispielsweise. Also das ist eine Kriegstaktik der ukrainischen Armee. Ja, und was sollen die armen Israelis machen? Man könnte ja sagen, dass die Israelis die Grenze öffnen und die Zivilisten aus dem Gazastreifen Richtung Negev ausreisen lassen vorübergehend. Könnten sie ja tun. Tun sie natürlich nicht, weil die Ziele sind ganz andere. Und ich bin der Meinung, dass dieses Achselzuckend, diese Brutalität zur Kenntnis zu nehmen, nicht funktioniert. Was dort stattfindet, ist ein veritabler Genozid im Gazastreifen. Und dazu zu schweigen, wenn man sich selber im Begriff wähnt oder in der Vorstellungswelt wähnt, man verfüge über eine höhere Moral. Das passt nicht zusammen. Was im Gazastreifen passiert, ist ein Genozid. Ihr habt es gerade gehört. Das ist übrigens eine Einschätzung, die immer mehr Staaten auf dieser Welt teilen. Also vor dem internationalen Gerichtshof. Das ist jetzt was anderes als der internationale Strafgerichtshof. Internationaler Gerichtshof ist von der UN. Das ist jetzt nochmal eine andere Institution. Da läuft gerade ein Verfahren wegen Völkermordes gegen Israel. Der internationale Gerichtshof, der hat schon einstweilige Verfügung gegen Israel erlassen, die Israel bisher ignoriert hat. Also einstweilige Verfügung, die darauf abziehen, ein Genozid zu verhindern. Israel setzt diese Verfügung nicht um. Beispielsweise wurde Israel verurteilt, die Offensive auf Waff zu stoppen. Aber bisher ist nichts in die Richtung passiert. Ganz im Gegenteil, Israel hat die Offensive wieder durchgezogen und dabei zahlreiche Zivilisten getötet. Entweder ich habe die richtigen Lektionen aus der jüngeren deutschen Geschichte gelernt, dann bedeutet das konkret, dass ich zu epochalem Unrecht, egal wer es begeht, egal wo es auf der Welt geschieht, eine klare Meinung habe und sage, das geht so nicht. Ich kann aber nicht selektiv meine Empörung kanalisieren. Im Falle Russlands sehr ausgeprägt, im Falle Israels Shit Happens. Das ist nicht glaubwürdig, damit verlieren wir unsere Glaubwürdigkeit. Und ich glaube, dass insbesondere der Ruf Deutschlands in der dritten Welt, wie man früher sagte, im globalen Süden, heute mindestens so schlecht ist, wie der Ruf der USA war nach dem Irakkrieg 2003. Was heißt eigentlich heute antisemitisch? Naja, der Begriff ist ja umstritten. Antisemitisch, eigentlich in der ursprünglichen Bedeutung, bedeutet ja, gegen Juden eingestellt zu sein, weil sie Juden sind. Also ein klassisch rassistisches Phänomen. Aber wir haben gesehen, dass in den letzten Jahren, in den letzten, man kann das ziemlich genau datieren, auf den Beginn der 2000er Jahre, gibt es auf internationaler Ebene Versuche, seitens verschiedener Akteure, und zwar mit großem Erfolg, die Dimension des sogenannten israelbezogenen Antisemitismus einzuführen in die öffentliche Debatte und diesen israelbezogenen Antisemitismus zu bekämpfen, durch die Einrichtung bestimmter Institutionen, wie zum Beispiel die der Antisemitismusbeauftragten, die es in Deutschland mittlerweile in großer Zahl gibt, auf verschiedenen Ebenen, seitens der Bundesregierung bis zu den Sportverbänden. Und das Problem, wenn man jetzt Antisemitismus gleichsetzt mit Kritik an Israel, ist natürlich ein vielschichtiges. Ich meine, wieso ist jemand, der Israel kritisiert, Antisemit? Ich kann ja zum Beispiel die Regierung Macron kritisieren, aber deswegen bin ich ja nicht an die französisch eingestellt. Ja, es ergibt keinen Sinn. Es ergibt keinen Sinn, aber das ist halt die IRA-Definition. Also IRA steht für International Holocaust Remembering Alliance. Das fühlt Michael Lüders in seinem Buch auch alles ziemlich ausführlich aus, dass es da Versuche gibt, Antisemitismus umzudefinieren und die IRA, die war da sehr, sehr erfolgreich. Also mittlerweile haben sehr viele Staaten auf der Welt die IRA-Definition faktisch übernommen und auch in Deutschland findet das Anwendung. Also da, kurz gesagt, es gibt da drei Kriterien, ich will das jetzt gar nicht en Detail ausführen, aber kurz gesagt, Kritik an Israel, erst recht heftigere Kritik an der israelischen Regierung, gleich antisemitisch. Also das ist die, ganz kurz zusammengefasst, diese Definition. Wie gesagt, die definiert das noch etwas komplizierter, aber in der Realität läuft es genau darauf hinaus. Ja. Ja, in dem Sinne kann ich euch auch nur das Buch von Michael Lüders empfehlen. Ich würde sagen, wir machen jetzt tatsächlich einen Cut. Das war schon gut, dass wir uns das Interview hier angesehen haben. Ja, ihr habt es gehört. Michael Lüders stuft das Vorgehen Israels in Gaza tatsächlich als Genozid ein, nach über 40.000 Toten. Es wird noch mehr Tote geben und es hat wahrscheinlich auch schon mehr Tote gegeben. So 40.000, das ist eine sehr niedrig angesetzte Schätzung. Also viele Leute, die noch unter den Trümmern verschüttet sind oder die durch Krankheiten umgekommen sind, die verhungert sind, die werden da gar nicht drunter sein. Also das wird eher nur noch eine zu niedrig angesetzte Schätzung sein und es werden noch viele Tote dazukommen. Also das sind keine guten Aussichten, auch im Libanon. Da hat Isra gerade den nächsten Krieg begonnen. Entscheinend wurde das Interview geführt, als die Bodenoffensive noch nicht so absehbar war oder der Weltwoche Reporter wollte da nicht so viel zu fragen. Oh, das kommt noch im Interview. Auf jeden Fall machen wir jetzt bei der Reaktion. Also wir beenden das hier. Ich hätte zum Libanon gerne noch was gehört, aber ja, ist jetzt auch nicht so entscheidend. Gaza ist natürlich auch ein wichtiges Thema. Der Krieg, da geht weiter. Obwohl Israel jetzt einen neuen Krieg im Libanon beginnt. Noch was zu den Angriffen auf zivile Ile. Das spielt vielleicht auch noch in diesen Genozidvorwurf rein. Die israelische Armee hat, wie Michael Lüders auch in seinem Buch ausführt, die sogenannte Dachia-Doktrin. Also die israelische Armee hat 2006 gegen die Hezbollah im Libanon gekämpft, war aber absolut nicht erfolgreich. Aber man hat das Stadtviertel Dachia, die Hofburg der Hezbollah in der libanesischen Hauptstadt Beirut, fast dem Erdboden gleichgemacht. Also man hat da Zitwohnbox komplett eingeäschert. Und nach der Zerstörung dieses Stadtviertels ist die Dachia-Doktrin benannt. Dass Israel gezielt ganze Stadtviertel ins Visier nimmt, aus denen Israel beschossen wird. Also dass Israel gezielt die Zivilbevölkerung an einem Ort ins Visier nimmt, gezielt Wohnhäuser, die gesamte zivile Infrastruktur angreift, um möglichst großen Schaden anzurichten, um den Gegner zu demoralisieren. Also das ist eine aus Bombenkriegen sehr bekannte, sehr opferreiche Taktik. Also fordert sehr viele zivile Tote und das setzt die israelische Regierung massenweise ein. Bei seinen Bombardements im Libanon, bei vergangenen Bombardements in Gaza und in diesem Krieg wird das wirklich exzessiv eingesetzt. Also ja, das Ergebnis sind zehntausende tote Zivilisten. In diesem Sinne würde ich sagen, hoffen wir, dass diese Kriege bald enden und bis zum nächsten Mal. Jahrhundert Vielen Dank.